Willkommen zurück zu Rayman Legends. Der Musiklabel wartet und ich halte die Klappe und wünsche viel Spass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, dann würde ich mal sagen, wir wechseln in die nächste Welt. Was wird's? Was wird's? Gut, ich weiß, ich könnte ja menüübergreifend wechseln, aber ich bin dazu jetzt ein bisschen zu faul und mache es so. Okay, nach Jump and Fly jetzt Jump and Schwimm. Gut, das sieht schon mal nicht so übel aus. Gut, gut, dann ist eine Menge los hier. Und wir suchen gleich mal die Lumps. Heio, 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 heio. Genau. Oh, den will ich nicht so nahe kommen. Ah, 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 ah. Na, na, bist du der Erste? Jo, gut. Lumps, nehme ich die Lumps? Ich nehme die Lumps. Das erinnert mich einfach zu sehr an Donkey Kong oder beziehungsweise Donkey Kong hatte ähnliche Levels. Schatten Levels, nur die Umrisse. Also ich meine jetzt Donkey Kong Country Tropical Freeze. Aha. Die nächsten Lumps, äh, Kleinlinge sehe ich schon. Was ist denn das eigentlich, Emilie oder was? Keine Ahnung. Der zweite Lump. Äh, der zweite Kleinling. Meine Fresse. Erzählisch. Du kannst machen, was du willst. Eh, noch. Ah, einfach mal. Die sind hier. Hä? Was war denn das jetzt? Okay. Was ist denn hier los? Ist hier was? Aha. 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 Ah, er hat sich wieder gesucht. Okay. Was schiesst du hier auf mich? Verzählisch bloß. Achso. Achso, das sind... Die gehören zusammen. Die gehören zusammen. Ja, ja. Ach nee, er darf mich nicht sehen. Uuuh, das Licht darf mich nicht sehen. Alles in Ordnung. Ich habe es kapiert. Jaaaaat. Du nervst, du nervst, du nervst, du nervst. Aber nee, aber gut gemacht hier die Wasserlevels. Finde ich nice. Gut. 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 Du bist so eine Fatzke, du. Alter Schwede, geh zu Ikea. Bleib dort. Nee. Aber gut gemacht hier mit den Schatten und alles. Gefällt mir. Gefällt mir. Bleib mir bloß weg, du. Und der König. Land ein König. Gut. Nee. Die Königin. Gut. Weiter geht's. Lass mich da mal durch. Lass mich da mal durch. Lass mich doch. Oh ne Fatzke, du. Bäh. Aha. 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 Wo, 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 wo. Okay. Such ein Werfer. Als ob wir Flüchtige wären. Okay. Solche Sachen. Passiv. Ich schweige kurz und gehe wieder nach draussen. Okay. Und. Heiße Sache. Was ist hier noch? Aha. Ja. Und das hab ich doch auch. Aber bitteschön. Aber bitteschön. Ja. Aha. Was suchst du eigentlich? Ich bin hier. Trottel. Hahaha. Weiß ich bin fies. Was ist hier? Hier ist doch was. Nix. Okay. Okay. Sag mal. Also keine Hobbys. Okay. Okay. Hier ist nix. Nee. Da oben ist doch was. Aha. Was hab ich im Gespür. Aha. Wir sind voll dabei. Wir sind voll dabei. Nee. Die lass ich mal. Such mich doch. Such mich doch. Such mich doch. Such mich doch. Da unten. Ah. Kleinling. Bäh. Sauber. Besser geht's nix. Wo, 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 wo. Tricell. Nee. Nicht Tricell. Umbrella. Umbrella Corporation ist hier. Alle schieben gut. Aber irgendwie fehlt mir der König. Ich geh wieder offline. Offscreen suchen muss. Ich find das gar nicht mal so nett. Ah. Der hier irgendwo. Wir schauen mal. Ah. Hier irgendwo was versteckt. Nee. Nichts verpasst. Na denn. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Ich steuere ich eigentlich mit dem Steuerkreuz. Ich hab doch. Mann lass mich in Ruhe du. Leinling. Befreie ich doch. Gut. Da wo ist der König. Die brauchst du nicht als Licht. Nicht so. Hey. Ist der gut. 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 Aber der König. Wo ist der König. Einander ein König. Oh. Komm schon. Fattkiss. Du vertittisch. Du vertittisch. Wow. Zeig dir vertittisch. Ich will dich nicht mehr sehen. Okay. Ich will dich nicht mehr sehen. Jetzt hier noch ein ... Naja. Tisch. Hier was ... Na. Oh, komm schon! Gut. Geh nur unten durch. Oh, komm schon! Ist da was? Ist da was? Ist da was? Ja, was denn? Mach doch den! Hast du Angst? Nein, man hat doch keine Angst! Was ist hier? Nein, 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 nein! Da will ich noch nicht hin! Nein, nein, nein! Kann sie vergessen! Ja, noch fliegt's! Was ist hier? Aha! Aha! Das ist noch nicht allzu schwer! Ah, du Fackis, du! Hau doch ab! Oh, ab, 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 ab! Ah! War zu schnell! Ich war zu schnell! Ich war zu schnell! Der König fast am Ende des Levels! Wo hat man denn das schon gehabt? Hier! Der Tisch! Und... Der König! Wenn das alle... Nein, einer fehlt glaube ich noch! Oder? Wie schaut's aus? Ah, wir haben alles! Ah, wir haben alles! Gut! Denk mich doch! Er ist mir frei! Das ist gut! Runter runter! Schnell, 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 schnell! Ohhhh! Gut! Wir sind... Draussen! Heidi Ho! Jo! Schöner Level! Ein wirklich schöner Level! Der hat mir wirklich gefallen! Sonst hasse ich ja so Wasserlevels! Aber der... Den fand ich gut! Hi! Hoi! Hi! Hey! Gut! Erstes Level! Mein Murphy Level! Ah, diesmal soll der mir helfen! Und mich nicht in die Scheisse reisen! Er ist doch wahr! Okay! Okay! Als Murphy Level hier! Lichter des Todes! Juhu! Ich dachte, das hatten wir doch gerade! Hey! Ihr will den! Ihr will den! Komm schon! Yes! Extra Level! Juhu! 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 Bäh! Juhu! Was bist denn du? Nix. Alles feinster hier? Tue das nun! Juhu! Juhu! Ich nehme... Juhu! Juhu! Ich sage gar nix! Juhu! Was wollte ich? Juhu! Ich sage gar nix da! Ah, ich nervt! ok sie haben es mit diesen lichtern das ist schon mal klar hat was von metal gear of solid was ich liebe zack zack und bäh so geht's ok gegner schön hier nix ach murphy du kommst doch noch was machst du was machst du jetzt ach ich habe es ja auch noch was diesen oder nicht da ist nix was macht du das ist praktisch achso ich kapiers ich kapiers ich kapiers gut und kleinlinge noch keine kleinlinge was denn hier los schön schön wo sind die kleinlinge aha das ist irgendwo erster gut das heißt das level könnte länger gehen macht aber nix macht aber gar nix heidi ho heidi ho was sehe ich denn hier schwanerei ok ok oh komm schon moment aha ne doch doch nicht oh mensch mach doch nichts und bullshit mit mir so ist doch das schön und jetzt und jetzt was achso Kanalisation like ja genau hehehe ja oh da oben ist doch was wo genau wo 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 da oben wo 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 Halt dich doch nicht! Achso. Hättest du dir früher sagen können, Murphy? Ich hab immer dasselbe mit dir. Du, Ben. Gut, gut. Lass ich den rum! Der Dritte von Dryden. Gut, gut. Achso. Murphy, du bist nicht der Schnellste, weißt du das? Ja, ja, und hier noch so ein Gemüse? Ne, ist was anderes. Irgendwie nicht Gemüse, sondern... ...was unteres. Geht hier rauf? Dann nach unten! Murphy ist praktisch. In der Hinsicht ist er praktisch. Geht's hier rein? Nö. Geht's hier rein? Nö. Geht's weiter? Jo. Hi! Da ist doch was! Ne? Wirklich nicht? Was ist hier? Auch nix. Ja, halt doch mal die Luft ab! So! Bam! Kleine! Gut! Langsam sollten also der König und die Königin erscheinen. Aber wo? Aber wo? Aber wo? Aber wo? Und... ...lässt uns die los! Okay, erstmal hier alles abklappen. Gut, da ist er... Ah! Ich seh was! Ich seh was! Ich bin so'n Fassbach, eh! Gut! Den haben wir ja befreit. Glaub ich zumindest... Nein! War noch nicht befreit. Die speichern sich nicht! Bei Donkey Kong Country ist es ja anders! Gut! Gut! Und der Pferchen, altes Klärchen! Okay! Ich seh schon was hier verlangt wird! Wusch! Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist da oben? Was ist da oben? Nix? Sag mal Murphy! Wo... Wo ist der König? Wo ist der König? Okay! Und? Ein Geschiebe hier! Hier wird doch geschoben! Aha! Aha! Ist das ja der König? Kann man hier zum König? Hä? Ach ja! Hey! Ne, ne, ne! Ich bin nicht... Ich bin nicht nach unten! Oh, ne! Ich will hier bleiben! Denn da oben ist was! Gut! Da oben ist noch was, was ich befreien will! Ja, so nicht! So nicht, meine Damen und Herren! Der gepflegte Unterhaltung! Nur, dass es gepflegte Unterhaltung mit mir zu tun hat! Ne, Quatsch! Bam! Kleinling! Befreit! Oh, komm schon! Daneben! Zurück! Okay! Das Ganze hier kommt mir ziemlich komisch vor! Ja! Der Sau! Gut! 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 Kleinling! Kein Kleinling! Oh Mann! Ja, die haben wirklich faustdick heute! Gut! Gut! Schrabbeln! Kleinling! Kleinling! Okay! Ich hab hier alles verpasst! Ach, das war doch! Gut! Wenn ich so wollt! Dann eben alles zurück! Oh ne, kommt schon! Dann halt! Beenden wir's! Dann halt! Beenden wir den Level! Und ich mach die Off-Screen nach! Wusste ich das? Ne! Schlawine hier! Gut! Mann! Die Levels fordern echt! Schön! Gut! Wir sehen uns gleich wieder! Diesmal geh ich da lang! Schauen, was hier so ist! Ich glaube doch, es war hier! Da hab ich jetzt... ...was anderes gedacht! Ne! Jetzt heil ich's wieder! Gut! Murphy, mach dich nicht zu dick! Da hoch! Da lang! Und? Murphy! Bitch! Gut! Da lang! Warum du sind hier? Okay! Boah! Weisst du was? Ist mir eigentlich egal! Ich verstecke mich einfach mal hier! Na gut! So viel dazu! Dann geht's hier weiter! Ich denke mal, es ist der König! Okay! Und sonst... ...hab ich eben... ...falschgelegen! Und jetzt hier... ...zu! Ich sie was ihr nervt! Ihr nervt wirklich was weg! Ich denke, jetzt geht's... ...da lang! Gut! König hab ich gesehen! Und ich... ...hatte ihn auch fast befreit! Uuuuuh! Ja ja! Dann eben nochmal! Wissen jetzt, wie's läuft! Sollte jetzt kein Problem mehr darstellen! Gut! Er nervt! Gut! Gut! Alles einwandfrei! Und... ...und... 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 ...den... ...könig! ...könig! Gut! Ah! Okay! Murphy, komm doch nach unten! Was wartest du denn? Hey, Mann! Murphy ist echt nicht der Glückste! Ich hab mich befreit! Die Zeit! Dann, was ist hier? Ja, uuh! Wie... ne Münze! So viel zum Thema... ...extra leben! Gut, gut, gut! Ja, das kennen wir hier! Das hier auch, das hier sowieso, und so weit kennen wir es schon, bis gleich. Ein weiterer Kleidling, wo ist er, hier, aber es fehlt noch die Königin. Wo ist die Königin, wo, 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 wisst ihr wo, musst ihr auch nachschauen, den hier beschen und dann nach links, ja, manchmal bin ich taub auf beiden Augen, so, Murphy dreht hier mal die ganze, ganze Sache hier, upsla, zurück, und lassen wir den los, gut, da wir alle Kleidlinge jetzt haben, ihr wisst wie das Level geht und wir am Ende des Part sind, mache ich das alleine zu Ende des Levels und sage, danke fürs Zuschauen, Daumen hoch bitte bei Youtube und wir sehen uns in den nächsten Part. Bis dann und Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao! Tschüss! cs